Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute mit mir vor der Kamera der Peugeot 308 SW Hybrid 225. Wir fahren also heute mal wieder Plug-in Hybrid und zwar praktischer Kombi. Cooles Design, letztes Jahr frisch auf den Markt gekommen. Wir haben eine Systemleistung, wie der Name schon sagt, von 225 PS aus einem 1,6 Liter Vierzylinder Verbrenner und einem Elektroantrieb und den können wir sogar auch laden, denn wir haben eine 12,4 Kilowattstunden fassende Antriebsbatterie dabei, die wir in ungefähr knapp drei Stunden an einer Wallbox aufladen können. Wir wollen heute herausfinden, erstens wie praktikabel ist der Wagen. Wir schauen ihn uns innen an, wir fahren ihn natürlich, wir schauen uns das komplett neue Infotainment-System von Peugeot an und wir wollen natürlich herausfinden am Ende, wie viel verbraucht der Benziner denn, wenn er alleine arbeiten muss, ohne eine geladene Batterie und wie viel verbraucht er, wenn wir ihn mit vollgeladener Batterie fahren und zwar wie immer auf unserer Verbrauchsrunde 50% Überland, 40% Autobahn Vmax 140 und 10% ist der Stadtverkehranteil. Wir fahren also als erstes die Runde mit vollem Akku, danach fahren wir die Runde nochmal mit leerem Akku. Wir fahren also jetzt 230 Kilometer Strecke mit dem Peugeot 308 SW Hybrid 225 und ich hoffe, ihr seid jetzt dabei. Wenn euch das Ganze gefällt, vergesst den Daumen nach oben nicht, ein Kanalabo würde mich sehr freuen und vor allem eure Meinung unten in der Kommentarbox, damit wir am Ende des Videos auch über dem Peugeot 308 SW diskutieren können. Und jetzt würde ich sagen, wir steigen ein, schnallen uns an und legen los mit unserem Alltags- und Verbrauchstest. Viel Spaß! Seit 2021 steht nun der Peugeot 308 in der dritten Produktgeneration hier bei den Händlern und die hat es dann schon optisch echt in sich. Das Fahrzeug ist absolut nicht mehr wieder, im Gegenteil, richtig dynamisch, sportlich, aggressiv kommt der neue 308 schon daher. Gerade mit diesen Säbelzähnen, die man ja eingeführt hat mit dem Peugeot 508, die wirken hier dann nochmal schöner mit diesen sehr schmalen Voll-LED-Scheinwerfern, die wir hier haben, sogar mit Matrix-Funktion, das heißt also adaptiv sind sie, der Gegenverkehr wird ausgeblendet, wenn wir mit Fernlicht fahren und wir haben einen komplett neuen Kühlergrill, der jetzt ja auch sehr massiv wirkt, vor allem mit diesen kleinen Chromelementen, die da drinnen sind, immer in einzelnen unterschiedlichen Größen und Abständen angebracht. Dann auch der erste Peugeot mit dem komplett neuen Markenlogo, was wir jetzt hier untergebracht haben, nicht nur im Frontgrill, sondern auch an der Seitenwand, also respektive am Kotflügel vorne. Der Wagen hier steht auf 18 Zoll Leichtmetallrädern, die sehen optisch auch richtig schick aus und die Lackierung, die wir hier haben, passt auch richtig gut dazu. Ist übrigens die Serienlackierung, die ihr umsonst bekommt beim Peugeot 308. Wir sehen in der Seitenlinie einen 4,64 Meter langen Kombi, der lediglich 1,45 Meter hoch ist, in unserem Fall hier mit dem Glas-Panorama-Dach, das ist deutlich niedriger als sein Vorgänger und das sieht man auch optisch, denn der Wagen fällt auch so dezent nach hinten hin ab von der Dachlinie, also wir haben hier eine dynamische Dachlinie, so ein bisschen tropfenformiger, also aerodynamischer das Ganze nochmal gestalteter. Am Heck sehen wir dann auch komplett neue Rücklichter mit einem sehr schönen Design, wie wir hier haben, auch feine LED-Elemente und auch ein interessantes Lichtspiel, was wir dann beim Öffnen haben, aber auch nur in Verbindung hier mit den adaptiven LED-Scheinwerfern. Hinter der elektrisch öffnenden Heckklappe bietet der neue Peugeot 308 SW etwas weniger Stauraum als sein Vorgänger, der baute eben etwas quadratischer auf, hatte mehr Bauraumhöhe zur Verfügung. Hier beim Plug-in Hybrid ist das natürlich nochmal reduzierter, da wir keinen doppelten Laderaumboden haben, weil unter dem Laderaumboden bereits die Antriebsbatterie hier ein wenig Platz beansprucht. Wir haben aber dennoch einen 548 Liter großen Stauraum, den wir hier nutzen können. Es gibt auch ein Gepäckraumtrennnetz, die Rücksitzlehnen lassen sich im Verhältnis 2 Drittel, 1 Drittel umlegen und dann gibt sich eine leicht ansteigende Laderaumfläche, die dann aber durchaus gut nutzbar ist. Auf der Rücksitzbank dann, und das erstaunt umso mehr, bietet der 308 SW durchaus gute Platzverhältnisse, was man durch das Optische erst einmal gar nicht erwarten würde. Gerade mit der dezent abfallenden Dachlinie haben wir genügend Kopffreiheit, auch die Bewegungsfreiheit für mich mit 1,78 Meter hinter meinem imaginären Ich. Habe ich genügend Kniefreiheit, die Beinfreiheit ist auch gut, selbst die Bewegungsfreiheit hier mit den Armen ist wirklich großzügig bemessen. Wir haben auch noch eine Mittelarmlehne, sowie Luftausströme in der Mittelkonsole und zwei USB-C-Anschlüsse. Die Kinder reisen sicher auf Isofix-Verankerungen an den Außenpositionen, die sind ebenfalls gut zugänglich hinter Reißverschlüssen gesichert. In der ersten Sitzreihe sitzt es sich dann für den Fahrer und den Beifahrer in unserem Fall richtig gut. Wir sitzen hier auf AGR-Sitzen, also Aktion gesunder Rücken, zertifizierte. Jeder Sessel haben wir hier, die für den Fahrer elektrisch einstellbar sind. Dafür sind sie gut beheizbar, wir haben auch eine ausziehbare Schenkelauflage und sie sind absolut Langstrecken geeignet. Eine typische Besonderheit von Peugeot ist die Innenraumgestaltung oder respektive die Cockpitgestaltung, denn da gibt es das sogenannte Peugeot I-Cockpit. I-Cockpit bedeutet, wir haben ein sehr kleines Lenkrad, in unserem Fall, das eben oben und unten abgeflacht ist. Gerade das oben abgeflachte ist sehr wichtig, denn der Blick des Fahrers soll über den Lenkradkranz auf das volldigitale Kombi-Instrument fallen. Das passt auch ganz gut. Das Kombi-Instrument soll dann sozusagen wie eine Art Head-Up-Display ein wenig fungieren. Dadurch, dass es nach oben verlagert ist, soll eben der Blick weniger von der Straße abgelenkt werden müssen oder der Weg des Auges auf das Kombi-Instrument eben reduziert sein, sodass das Ablesen des Kombi-Instruments etwas leichter und schneller möglich ist. In unserem Fall haben wir hier ein 10 Zoll großes, volldigitales Kombi-Instrument, welches sich optional noch hier durch eine 3D-Funktion erweitern lässt, die in meinen Augen aber eher eine kleine Spielerei sind, als wirklich richtige Nutzbarkeit oder auch ein echter 3D-Effekt. Das ist eine kleine vorgeschaltete Plexiglas-Ansicht und die simuliert dann sozusagen die 3D-Optik. Wir haben aber eine hohe Anzeige-Vielfalt, die wir hier im Kombi-Instrument haben. Wir können das auch individuell uns anpassen über das Multimedia-System und da kommen wir dann auch gleich zum Multimedia-Display. Auch hier hat Peugeot richtig Hand angelegt und ein komplett neues System aufgelegt. Wir haben hier eben einen großen 10 Zoll-Touchscreen angebracht, der hochauflösend ist, der auch in einem leicht nach unten verlagerten Sichtfeld ist, was ich jetzt nicht so optimal finde. Dennoch, er lässt sich einwandfrei bedienen. Die Rechengeschwindigkeit ist ausreichend zügig. Abstürze gab es bei meinem Test nicht. Allerdings immer mal wieder so einen kurzen Freeze-Moment. Das heißt, es hat ein bisschen gedauert, da waren bestimmte Bedienelemente einfach nicht nutzbar. Das hat sich dann so nach zwei Minuten komplett gegeben. Da konnte man dann wieder weiter bedienen. Es ist auch sehr schön, dass man dieses Hauptmenü komplett individuell gestalten kann. Das ist halt eine typische Smartphone-Bedienmöglichkeit. Also einzelne Widgets kann man dann eben entsprechend hier so konfigurieren oder reinziehen, wie man sie denn gerade möchte und wie es einem gefällt. Das sorgt dann auch dafür, dass man einen sehr schönen Homescreen sich selber zusammenbasteln kann, so wie man es möchte. Darunter gibt es übrigens nur ein kleines Display. Das sind die sogenannten Eye-Toggles. Das sind Direktwahltasten, die man ebenfalls individuell belegen kann. Und so hat man auch die Möglichkeit hier, direkt Zugriffe, die man sonst immer nutzt, wie zum Beispiel die Möglichkeit, direkt nach Hause zu navigieren oder aber das Smartphone zu spiegeln oder aber direkt in die Klimabesteuerung zu gehen. Das wäre mir persönlich sehr wichtig, denn ein Klimabedienteil gibt es hier leider nicht mehr, was ich sehr schade finde. Genauso wie die Tasten für die Sitzheizung hier weg rationalisiert sind und in das Infotainment-System hinein verlagert wurden. Und die sind leider echt schwer zu finden. Also das braucht schon mehrere Schritte, um hier die Sitzheizung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Denn das ist eher definitiv ein Rückschritt in meinen Augen. Da würde ich mir wünschen, dass Peugeot doch nochmal nachlegt und hier vielleicht auch nochmal physische Tasten irgendwo unterbringt. Denn physische Tasten gibt es ja hier und die sind nämlich unter den Eye-Toggles angebracht. Und das sind auch nochmal Direktwahltasten, quasi auch Toggles, mit denen man in bestimmte Sachen direkt eingreifen kann, wie etwa Defrosten der Windschutzscheibe oder Fahrzeugeinstellungen aufrufen. Und der Warnblinker-Taster, der ja weiterhin physisch sein muss, der ist hier auch untergebracht. Die Mittelkonsole etwas breiter gestaltet, sodass das rechte Knie auch anliegt an der Mittelkonsole. Aber es gibt keine scharfkantigen Ecken oder ähnliches, sodass auch auf Dauer ist das kein Problem. Da haben wir dann untergebracht eben den Fahr-Wählhebel unter anderem und den Drive-Mode-Schalter, mit dem wir dann wählen können zwischen elektrischem Fahren, Hybridantrieb und Sportmodus. Das entsprechen dann natürlich die Steuerung des Hybridantriebs. Beim Antrieb hat Peugeot hier in unserem Topmodell eben einen 1,6 Liter Vierzylinder-Turbomotor, den PureTech 180, genommen, der 180 PS leistet und ein maximales Drehmoment von 250 Newtonmetern besitzt. Und der wird hier gekoppelt an einen Elektromotor, der am 8-Gang-Automatik-Getriebe sitzt. Und der leistet 110 PS und 320 Newtonmeter Drehmoment. So haben wir dann eine insgesamte Systemleistung hier im Peak von 225 PS und 360 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Zusätzlich gibt es hier noch eine 12,4 Kilowattstunden große Antriebsbatterie, die wir extern über eine Wallbox mit maximal 4,5 kW hier in Deutschland laden können, wenn wir den 7,6 kW Onboard-Lader hier optional an Bord haben. Dadurch ist dann die Möglichkeit eben die Ladeleistung über diese 3,6 kW hier auf eben 4,4, 4,5 kW, die ich testen konnte, an einer 22 kW Wallbox abzugreifen. Damit ist dann der Akku in 2 Stunden 45 Minuten wieder komplett gefüllt und die Reichweite soll hier bei über 60 Kilometern liegen. Und das wollen wir natürlich jetzt hier bei unserer Verbrauchsfahrt auch herausfinden, denn wir starten hier natürlich mit vollem Akku und vor allem jetzt auf Landstraße und im Stadtbereich werden wir alles erst einmal nur im EV-Modus absolvieren, um dann zu schauen, wie weit wir eigentlich hier auch mit der Akkukapazität denn kommen. Beim Fahrwerk kommen wir durchaus zu einem sehr guten Kapitel für den Peugeot 308 SW, denn die Entwickler haben hier eine sehr gute Balance gefunden aus genügend Straffheit für dynamisches Fahren und einem sehr guten Federungskomfort auch auf eher schlechten Straßenverhältnissen. Gerade wenn man dann so kurze Stöße hat, die werden hier sehr gut sogar wieder kompensiert oder absorbiert, besser gesagt. Und der Wagen liegt angenehm straff auf der Straße, wenn man dann ihn mal etwas dynamischer über eine kurvenreiche Landstraße jagt. Das Ganze macht er auch echt gut, vor allem die Straßenlage ist sehr lange neutral. Er schiebt erst dann recht spät über die Vorderräder, was natürlich auch am hohen Leergewicht liegt des Plug-in-Hybriden. Der wiegt nämlich hier rund 1,8 Tonnen leer, das ist schon eine richtige Masse, die wir hier bewegen und die will auch verzögert werden. Und da gibt es für meine Begriffe nochmal feinen Justierungsbedarf, denn die Bremsanlage hat zwar eine hohe Wirkungsweise, wenn man dann wirklich mal voll aufs Pedal tritt, aber die Dosierbarkeit, wenn man das sachte macht, da ist dann eben der Übergang zwischen erst einmal Rekuperationsleistung über den Elektromotor in die Batterie und der effektiven Bremsleistung über die Bremsscheiben dann eher etwas unharmonisch. Da kann es dann durchaus mal bei einer sachten Bremsanlage dann einen Moment geben, wo es dann einen Ruck gibt und dann eben dann auf einmal, weil die Generatorleistung überstiegen ist, dann auf einmal eben zu stark die Bremsbeläge angelegt werden an die Scheibe und dann ist es ein zu ruppiges Bremsverhalten. Das hat man zwar nach so einer gewissen Zeit heraus, wie man das am besten steuert, aber in meinen Augen, da könnte durchaus Peugeot nochmal ein bisschen nachjustieren. Übrigens, Rekuperieren geht hier nur in einer Stufe, wir haben hier nur einen B-Modus und wenn wir den aktivieren, dann rekuperiert das Fahrzeug aber auch wirklich recht stark, dann benötigt man eigentlich kaum noch wirklich die Fußbremse, um hier den Wagen zu verzögern, aber von einem One-Pedal-Drive sind wir hier noch durchaus ein gutes Stück entfernt. Was mir sehr gut ebenfalls noch gefällt beim Fahren hier vom Peugeot 308 SW ist, wir haben hier eine Akustikverglasung an den Frontscheiben vor allem, das sorgt dann nochmal für ein deutlich reduzierte Windgeräusche hier, selbst bei rohem Autobahntempo. Das Einzige, was hier einem wirklich auffällt, das sind vereinzelt eben nur Abrollgeräusche durch die 18 Zoll Räder, die hier ein bisschen lauter sind in einzelnen Bereichen. Aber meiner Meinung nach hier ein echtes Glanzkapitel für den Peugeot 308 SW. Ebenso glanzvoll auch die Assistenzsysteme, die Peugeot hier verbaut. Die Möglichkeit hier mit vollem Assistenzpaket, bestehend aus aktiver Spurführung, aktivem Abstandsregulierung, Notbremsfunktion, Ausparkassistenten, Querverkehrswarnung. Das heißt, wir haben hier alles Wesentliche an Bord, damit das Fahrzeug eben entsprechend, ja wie soll ich sagen, hohen Anteil an teilautonomen Fahren ermöglicht. Das ist auch wirklich gut umgesetzt. Die Spur wird im Assist-Modus hier sauber geführt. Der Wagen tänzelt nicht in der Fahrspur hin und her zwischen den Linien. Das macht er sehr gut. Auch die Bremseingriffe sind angenehm fast schon ein bisschen vorausschauend. Selbst wenn man hier eben den Abstand auf die kürzeste Verbindung oder auf den kürzesten Abstand eingestellt hat, dann reagiert das Fahrzeug noch angenehm. Die Verzögerung ist nicht zu stark. Also auch hier hat man auch eine saubere Abstimmung der Assistenzsysteme gefunden, die Peugeot hier im 308 SW einsetzt. Ja, mutig sind sie bei Peugeot auf alle Fälle, was das Design angeht. Meiner Meinung nach echt ein Volltreffer, absoluter Hingucker das Auto. Mir gefällt er unheimlich gut, vielleicht auch sogar der attraktivste Kombi in der Kompaktklasse. Aber das könnt ihr mir sehr gerne unten in der Kommentarbox schreiben, welcher für euch der schönste ist. Bei den Platzverhältnissen hat es mich sogar gewundert, dass verhältnismäßig zwar der Kofferraum nicht so optimal mehr zu nutzen ist wie beim Vorgänger, weil der ein bisschen luftiger dann war, aber dennoch, die Rücksitzbank bietet genügend Platz. Alles ist eher etwas tiefer angeordnet. Man sitzt auch in der ersten Reihe so ein bisschen mehr im Fahrzeug integriert, fast schon ein bisschen beengter. Das ist aber, glaube ich, das Gesamtkonzept hier, was Peugeot so ein bisschen durch alle Baureihen durchzieht. Es soll alles ein bisschen sportiver werden, dynamischer. Und da gehört halt dann wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen mehr Feeling oder mehr Körpernähe einfach dazu. Fahren tut er sich unheimlich gut. Der Antrieb ist durchaus spritzig. Beim Zusammenspiel mit dem Hybrid und mit dem Elektromotor, also wie das hin und her geht, ja, da könnte ein bisschen mehr Feinschliff, ein bisschen feinfühliger könnte das teilweise schon noch sein. Ich finde aber, hier hat man insgesamt einfach eine sehr gute Kombination gewählt aus eben einem Vierzylindermotor, der sehr laufruhig ist und auch genügend Durchzug schon bietet. Und auch der E-Motor ist mit 110 PS sicherlich nicht zu schwach geraten. Es gibt sogar noch eine Stufe schwächer, einen Hybrid 180. Wie der jetzt ist, das müsste man im direkten Vergleich fahren. Beim Verbrauch werden sie sich definitiv nichts geben. Und da kommen wir auch schon dahin, wo wir hinwollten, nämlich der Verbrauch. Interessant ist, dass wir die erste Runde ja mit vollem Akku gefahren sind. Und da war dann die elektrische Reichweite von 64 Kilometern haben wir erreicht. Also auch das Chapeau nach Frankreich. Wirklich sehr gut abgestimmt, der E-Antrieb da. Auch da ist der Verbrauch mit 14,9 Kilowattstunden bei Überland- und Stadtverkehr war das ja bis dahin. Einwandfrei, dann kam die Autobahn. Dann hat es natürlich den Verbrauch nach oben gezogen bei 140 Stundenkilometern V-Max. Und am Ende hatten wir dann bei der ersten Runde mit Akku dann einen Verbrauch von 2,9 Litern auf der Anzeige stehen. Und bei der Verbrauchsrunde mit leerem Antriebsakku, da kommt dann natürlich dazu, dass das Fahrzeug immer wieder rekuperiert, kurze Strecken auch mal elektrisch zurücklegt. Und dann hatten wir einen Gesamtverbrauch von 4,9 Litern, was ich auch durchaus sehr, sehr gut finde. Beim Preis, muss man sagen, hat sich Peugeot doch eher im Premium-Segment so ein bisschen orientiert. Der Wagen ist schon recht teuer. 46.500 Euro ist der Einstieg, denn den Hybrid 525 bekommt man nur in der höchsten Ausstattungslinie GT. Und dann natürlich noch ein paar Ausstattungsoptionen wie hier das Glas-Panorama-Dach, die Nappa-Leder-Ausstattung mit den hervorragenden AGR-Sitzen und noch das ein oder andere Kleinigkeiten. Dann kommen wir hier auf einen Gesamtpreis von über 55.000 Euro. Das ist schon richtig viel Geld für einen kompakten Kombi. Jetzt gibt es ja dieses Jahr noch die Förderung, die man mitnehmen kann. Nächstes Jahr gibt es die Förderung nicht mehr. Dann lediglich nur noch für Geschäftswagenkunden die Möglichkeit der günstigeren Versteuerung des Geldwertenvorteils. Aber da ist die große Frage, wer kauft den Wagen dann am Ende? Wie schaut es aus? Wird es da eine Rabatte geben für Plug-in-Hybride? Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst es ihr. Schreibt es mir unten in die Kommentarbox. Vor allem auch, wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst es mir als Kommentar da. Gebt dem Ganzen ein Like. Abonniert den Kanal, falls nicht schon getan. Und vor allem lasst uns jetzt über den Peugeot 308 SW Hybrid 225 diskutieren. Ich bedanke mich fürs Reinklicken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sage Tschüss und Servus, euer Ubi. Ich wünsche euch noch einen Wunderschönen Tag.